Hallo Leute, Marie war ja bei mir und wir wollten mein FMA tun. Wir haben aber so viel Spaß dabei gehabt und wollten eigentlich Outtakes hinten durchschneiden, aber das ganze Video ist irgendwie so Outtakes Video geworden und es vergleicht eher so Fails. Wir wünschen euch aber trotzdem ganz, ganz viel Spaß und ich werde dazwischen immer mal wieder raus kurz zu den Szenen sagen. Da bin ich auch schon wieder. Also wir sind als allererster am Platz gegangen und haben immer Bodenarbeit gemacht und Marie und Zitner haben ganz, ganz viel miteinander kuschelt, einfach damit, dass sie kennenlernen. Und ja, die haben beide einen Spaß dabei gehabt und hat auch alles ganz gut funktioniert. Viel Spaß bei den Videoabschnitten, wo sie jetzt gleich kommen. Das würde voll gut zu dir passen, so eine Kuh. Ja, aber irgendwas geht nicht. Ja, schon. Gut, ich kann dann gehen oder tschüss. Jetzt hat eine ganz dreckige Nase. Ja, tut es gut? Jetzt passt das Umfallnachseentspannung. Du nimmst voller Axte und hinten Axte und dann schmeißen wir es um, oder? Du bist so süß, du wärst so toll. Pony, ja, Pony. Fohlen. Föhlchen. Da, 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 da. Zahle sieht Nase wie das Sabernot. Da, 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 was machst du? Deine Hoffessen, deine Hoffessen. Ich lasse nicht gern Päusen. Ich schaue jetzt, also wirklich. Fimmst du Bester hat die Farbe von Heu? Fimmst du das hat die Farbe von Heu? Fimmst du das? Nee, schaust du nicht. Warum ist das? Die Pony, super. Da will du Brass an diese wegziehen. Ich lasse eh nur wieder los. Oh, du bist so süß. Wenn's nicht oben sitzen, dann hat's auch mal geschwehen. Wenn's nicht oben sitzen, dann hat's auch mal geschwehen. Ich glaub, der wird mir schon noch mal breiter. Ja. Schau mal. Die wird viel breiter. Du kannst ja danach mal vorhin ein Tier ausschauen. Ja, gut. Mein Mausl. Mein Baby. Zitle, bleib mal stehen. Schau mir das links meistens, voll gern. Ich bin hier das Räntchen da. Ja. Und die Aua. Nee, das ist nicht so süß. Warte mal. Ach, schau mal. Nee, damit's der Ohrnacker verloren hat. Ach so, na, na, da ist noch alle da. Hier. Nein. 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 Geh. Halt. Jetzt komm. Seid mal. Letztes Mal ist es gegart weggegangen. Da ran. Wo du jetzt stehst. Da ist gegart weggegangen. Bist du süß? Ja. Bist du süß? Bist du nicht süß? Ja. Kommentar für Marie. Ob sie süß ist. Nein. Da. Danke. Nee, Bäcki. Baba. Mach die Kioe. Ja. Dann geh mal. Du kennst wieder her. Geh mir auf die andere Seite. Nein, 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 nein. Bäh. Du bist... Nein, du bist Kassau. Ja. Du bist der Klo. Geh weg, doch. Jetzt kennst du dich wahrscheinlich, wenn du jetzt erst vor. Geh. Wapp, 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 wapp. Okay. Jetzt läuft mal mein Handy ab. Da was. Küsschen. Okay. Ich will dich ja schreifeln, aber. Du möchtest es nicht. Ach du, pass auf, gell. Weil sie kannst jetzt gar umkommen und wecklen. Kim, Marika. Fein. Und wieder in die andere Richtung. Kim, lauf. Lauf. Komm, Kuh. Du darfst aber nicht. Du darfst aber nicht. Da, schau, die Kipptasche. Ja, super. Jetzt wird sie zu Kuh, Marika. Hallo, Schöpfe. Okay. Halt, wapp. Bewegt dich, Kuh. Marie. Ja, ja, ja. Ja, stimmt. Das war irgendwie unlogisch. Ach, du, pass auf. Warum? Du wärst jetzt gefilmt, aber du solltest die bewegen, sonst ist das ein bisschen langweilig. Ja, ich denk's auch. Ich kann schnell mal nachher aufziehen. Ach Gott, das ist voll süß. Der bewegt sich mit dir. Aber sie schaut lieber. Das ist doch auch schon mal was. Ja, ich glaube, das ist kaffig. Ich fände einfach mal aus. Okay. Oh Gott. Jetzt renn doch mal gescheit. Boah, er wird's länger. Schlaufe, ich bin nicht mit irgendwelchen. Ja, ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut. Man kann sie ja mal probieren. Ich bin nicht rennen. Ja. Hier. Nein. Hier. Ach. Oh, was ist mal? Wahrscheinlich ausgerutscht oder so. Wann ist das jetzt irgendwo ein bisschen? Und so? Ich hab hier. Du hast ja die gesehen. Wir machen ja dann auch Weg, gell. Oh nein. Ich bin nicht rennen. Wo kannst du eigentlich besser rennen? Eigentlich. Eigentlich. Ich glaube, ich möchte, dass du die bewegst. Gehst du mit der Kuh oder mit mir? Mit dir? Ja. Nur filmen? Vielleicht rennst du da, weil du schnitt draußen. Das ist irritiert. Hallo. Kuh. Kuh. Schicknäckchen. Du hast keine Angst vor mir haben. Ich habe wahrscheinlich Angst mehr vor dir, dass du mich schluckst, oder? Aber ich habe keine Angst vor mir. Nein, mach mich so direkt los und hauch mich. Kuhchen. Maru. Ja, du bist sehr toll, Kuh. Wahrscheinlich deshalb jetzt nicht schenk für. Ja, Balli. Okay, okay. Schau, sie mag den nicht. Komm, jetzt war er schock. Okay, sie mag den doch. Gehen wir zu dir? Wetten jetzt gerade, dass sie dann hier zu mir um und schlackt. Nein, es geht nicht. Nein. Jetzt willst du dir gerne. Komm, jetzt warten wir mit. Das ist ja. Da ist ja. Da ist ja. Ich bin dran. Nein. Nein. Schmeckt ihr? Nein, geht ja mal. Schau mal. Der Papa hat. Hier sind aber so wie Rühls. Aha, hier sind aber wie Rühls. Hier sind aber wie Rühls. Hm. Ich sitze ein Brennnessel, dann hast du auch eine Auge an der Nase. Das passt auf meinen Fuß um. Das darf ich nicht stören, wenn. Aber nicht vielleicht. Ähm, sit nicht und geht deine Klau hin. Schau, der spanische Schritt funktioniert schon. Ah, 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 ah. Oha, du frisst gerade Brennnessel. Schön, wenn es dir schmeckt. Macht dir doch nichts. Das schmeckt noch. Oha, ich glaube, jetzt tut dir was weh. Die Eichhäste hat er. Die Eichhäste hat er. Die Eichhäste hat er. Die Eichhäste hat erneut. Ja, toll. Komm. Komm. Hipp. Hi. Hi. Gut Sitnik. Oh Gott! Nachdem wir am Platz so viel Spaß gehabt haben, haben wir mir gedacht, wir zeigen mal das Sitten noch ein bisschen los und sind dann mit ihr Spazier gegangen. Aber bei den Videos wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich konnte dazwischen uns gehen, aber ich habe nicht immer eine falsche Rektion, war gut. Ob alles okay ist, zeige ich dir diesen einen Song in meiner Playlist, wenn du mich fragst. Ob alles okay ist, zeige ich dir diesen einen Song, wenn du mich fragst. Ob alles okay ist, zeige ich dir diesen einen Song. Musik, Lydia? Nein! Musik, Lydia? Hä? Lass uns eben? Helfen, die Trappe schon, das wüssten mal? Gibt Kissen, gibt Kissen. Oh, nein, Piafe bitte! Geh mal! Piafe Reibed, das war nix. Schiff! Kipp! Der Zwergenwald ist ja viel cooler. Wow, toll! Doch, jetzt kennst du dich schon. Jetzt brauche ich schon, damit du komisch bist. Ach, du willst das nur wissenlösen, dann wachst du alles, oder? Marie! Hat er heute eins? Ich weiß nicht, ich glaube, die Stücke hat schon uns. Dann geht's mal nicht so wüsten. Aber ich bin mir nicht sicher. Hey, ich wollte mit dir zusammenlassen, du Dödel. Ich dachte, das hätte ich alle gehört, ich weiß nicht. Dein Päfer nicht wird? Ja. Oh, jetzt geht's in den Graben rein. Tschüss, Marie! Tschüss! Marie-Rüchen! Wie können wir jetzt dann mal wieder auf den Ball? Hexenwald? Draht's dann da vorne um, weil ich weiß nicht, wo ihr hingeht, gell? Äh... Ich weiß nicht. Traum! Sonst verliere ich die. Äh... Ja, wir sitzen mal ganz sicher wieder zurück. Oh! Hey, wir müssen ja rennen! Ich hab die Hexen im Hexenwald, hab's eine Hexen. Guck! Fussi-training! Huuuhu! Huuuhu! Nehm an den Daumen, wobei, durch den Daumen. Schau! Huuuuh! Wuuuhu! Huuuh! Huuhuuu! Huuuh! Huuuuh! Kannst du auch durch die zwei Gränern, also der Dicke und der Kleinerne davor, der Dünnere? Kannst du dann Slalom durchothin? Ja, das können wir! Sicher? Äh... Ich habe die Vertrauens für unendlich viel, fimmst du die ganze Zeit. Aua, zum Glück hast du gehandelt. Die haben zwei Blumen fast kaputt, Redner. Marie und Zitni. Marie und Zitni. Gebogen, Marie. Ja, das ist sofort gebogen. Ich filme dich und singe. Siehst du das, siehst du das? Oh, ich darf ihn machen, ich habe ein Geschenk für dich. Sehr sexy. Very, very sexy. Gemäcki. Und die Zitni. Ja, schaut gut aus. Machst du schon gut. Sehr fein, gut. Ich film es einfach euch, okay? Mach mal ein Bild, schlapp, schlapp. Dann anziehen. Mach mal so einen Stierkampf. Nein, nicht essen. Das kommt definitiv mit Outtake. Ich würde einen Stierkampf machen, du. Soblein. Soblein, sonst eine Läge wieder aussehen. Ja, das ist aber irgendwie nicht, da haben wir das Ende. Nein. Das kann mit Outtake. Anziehen, will gelernt sein. Richtig. Schwierig. Wie wir dann wieder daheim waren, haben wir mit ihr, also haben wir eine kurze Pause gemacht und ihr Pause gegeben und dann haben wir es noch kurz probiert zum Launchieren und haben es noch ein bisschen Spaß gemacht. Und Zitni geht da alle, aber wenn es du mitgehst. Ja, wir haben ja da. Ich weiß nicht, ob es da checken wird. Er hat einfach keinen Sinn drin, in dem, dass er gehen soll. Ja, Maron ist ja keinen Sinn drin, in einem Geist zu gehen. Ja, eben. Problem. Ich glaube, das ist echt drin, ne, Annet? Ja, immerhin, die sind dann gut, die sind weit von mir weg. Komm. Und weiterhallen, die sind halt zu. Ja, ich hole schnell. Ja, ich hab da mal so fest. Ja, pass rein auf. Marie. Marie. Ja, ich hab die falsch machen, kannst du sie nicht. Komm, 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 nein. Ich glaub, sie wird das so. Ich bin doch sehr einfach falsch. Die hat sch- Muss ich mir einbitten, einer, stellst du dir? Ich steigen gerne. Kim, hopp, ich geh mit dir mit, Kim. Sport schon weiter. Kannst du heute mal andere Richtung machen? Nein, Marie. Okay, jetzt kommt Marie. Das ist halt dein Pferde-Profinarm, äh, dein Kuh-Profinarm, okay? Kim? Ähm, Sitte. Die irritiert jetzt nicht. Lass vorne rum. Du, Gärten, vorne hier. Weil jetzt haben sie sechs und runter hier. Der kann kappen. Aber das funktioniert. Kim? Meine Arbeit. Klar, warum nicht, wenn du es liegt, war? Ein Knoten, ne? Ja, ein Knoten, ne? Ihr Kinds, aber am kurzen Strick muss ich langs Schirm probieren. Ja, Luf, 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 Luf. Ja, Luf, Luf, Luf. Was ist so süß? Was ist so süß, ja? Marie! Ja, du! Ich schaue euch da mal zu und sitz mir da her. Das ist so toll. Was soll das jetzt machen? Was? Was ist denn bei der Harte rutscht? Ach, ich gerade so das Gefühl habe, ich sitze da wirklich aufs Komischen. Was hat er aus dem Händeschalte gesagt? Nein, der Hund schießt da nicht her. Was? Kotz! Galopp! Komm, komm, komm! Komm, jetzt in die Kosten, was ist denn da? Komm, komm, komm! Gut, und jetzt zeigt es mir, ich schien einen verstärkten Traub. Ja, aber das kann man. Aber ein Traub, gell? Kann man galopp? Ja, ja, das kann man. Von beiden möchte ich kann galopp singen. Kass! 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 Ja, ja, cool, ist wieder schön, gell? Ich bin ein Eisbruch! Oh ja! Komm, sie kommt, sie kommt! Voll, der ist raus, gell? Aber du kannst mir sofort die Muskeln. Ja, ist das gut, oder? Ja, schaut viel gut aus. Wie geht es von uns zum Reiten? Ihren Pü-Pü! Langsam galoppieren? Die Kuh beim Sexy Pü-Pü! Wie soll ich den Sexy Pü-Pü? Ein Sexy Pü-Pü! So schön. Oh, der ist ein Reh. Wow, ein Rehleib. Und du Sechle! Oh, der ist doch gut. Du bist ja nicht einmal auf Pferd. Ja, du bist eine coole Kuh. Eine Kuuuue! Eine Kuuue! Eine Kuuue! Eine Kuuue! Die Kuh mit dem Fußfettisch und das Mädchen mit dem Teesfettisch. Und die Katschenwitsch, vor allem Katschenwitsch. Ja. Die nimmt manchmal jeweils gehören Katschen. Komisch, gell? Und die gerne Raffen umbringen. Aber hey, die kann doch so kleine Mädchen, die kann doch nicht so eine Rappe umbringen. Doch. Echt? Ja. Ja, die sind aber so jung. Sie riecht an dir. Wie geht das? Sie sind voll das Blödschen. Für die Katschenwitsch. Und streicheln magst du auch. Ja, du bist nur vielleicht doch nicht. Und schwanger bist du auch? Schwanger bist du auch? Ich film das jetzt, gell? Oh, sie gibt ein Blödschen. Tschüss, Blödschen. Danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich darf mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Oder über Verbesserungsvorschläge oder wie auch einfach das Video gefallen hat, in die Kommentare. Tschüss und bis zum nächsten Mal.